Hi, ich bin Joy. Ich bin 29 Jahre alt. Hast du jemals darüber nachgedacht, wer sich die Fotos ansieht, die du online stellst? Das sind nicht nur deine Freunde und Leute, die dich mögen, sondern auch Leute, vor denen du dich in Acht nehmen solltest. Ich hatte nie darüber nachgedacht, bis ich mir das Telefon eines Fremden lieh, um zu telefonieren und mich selbst auf dem Bildschirm sah. Es begann vor fünf Jahren. Man hat mir immer gesagt, dass ich sehr schön bin. Als ich mit meinem Instagram-Konto begann, bekam ich hunderte von Likes und Kommentaren, dass ich schön sei. Jemand behauptete, dass ich in gewisser Weise wie Margit Robbie aussehe. Eines Tages fragte mich ein Fotograf in einem Kommentar unter meinem Foto sogar, ob ich ein Model werden wolle. Aber es brachte mich nur zum Lachen. Ich wollte schon immer Physikerin werden und am Hadronenbeschleuniger arbeiten. Wie naiv ich damals war. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, was mir bevorsteht, hätte ich nie daran geglaubt. Ich habe fast mein ganzes Leben bei meiner Mutter gelebt. Mein Vater verließ uns, als ich fünf war. Mom war meine beste Freundin und Stütze. Sie war immer für mich da. Ich ging zur Universität. Ich studierte Naturwissenschaften. Ich fing an, mit einem Typen auszugehen. Joseph, wir haben uns auf den ersten Blick verliebt. Mein Leben war wie eine schnulzige Romanze. Joseph war so stolz auf mich. Er sagte, ich sei eine echte Schönheit. Und er liebte es, unsere Fotos auf Instagram zu veröffentlichen. Wenn ich damals nur gewusst hätte, was Joseph mit mir vorhatte. Als ich eines Tages nach Hause kam, fand ich meine Mutter weinend vor. Sie sagte mir lange Zeit nicht, was passiert war. Aber dann gestand sie, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war. Wir waren beide schockiert. Der Arzt sagte, Mama brauche dringend eine Therapie. Wir sollten keine Zeit verlieren, denn es gibt eine Chance, sie zu retten. Sie hatte sich zu einer Chemotherapie entschlossen, die einen monatelangen Krankenhausaufenthalt voraussetzte. Und natürlich konnte sie nicht mehr arbeiten. Ich musste damals unseren Lebensunterhalt verdienen. Als Mom ihre Arbeit kündigte, waren wir extrem knapp bei Kasse. Also arbeitete ich nach der Schule als Kurier und Tutor. Nachts eilte ich zum Callcenter, wo ich als Telefonistin arbeitete. Aber ich kam immer noch nicht über die Runden. Joseph versuchte mir zu helfen, aber nur mental. Er sagte mir, dass mir Mama auf jeden Fall helfen würde, gesund zu werden. Joseph konnte mir finanziell nicht helfen, da er kein Geld hatte. Aber er war sehr besorgt darüber. Eines Tages brach er in seiner Verzweiflung in Tränen aus und bat mich, ihm dafür zu verzeihen. Und erst jetzt wird mir klar, was es wirklich bedeutete. Einmal folgte mir ein süßer Typ namens Anthony auf sämtlichen sozialen Medien. Er sagte, er sei 35 Jahre alt. Er sei ein Künstler und ein Bildhauer. Und er brauchte ein Model. Er bot mir 1000 Dollar pro Stunde. Ich war schockiert. Ich könnte die Hälfte meines Gehalts in nur 60 Minuten in der Tasche haben. Und das aus drei Jobs. Ich brauchte das Geld dringend. Anthony war sehr spezifisch. Er warnte mich, dass ich in einem Badeanzug oder einem Bodysuit posieren müsste. Zu diesem Zeitpunkt war es mir so peinlich. Aber ich habe wegen meiner Mutter zugestimmt. Ich wusste nicht einmal, was ich bereitwillig tun konnte, nur um sie zu retten. Aber was mir am meisten Angst machte, war Josephs Reaktion. Ich beschloss ihm nicht zu sagen, dass ich einen Termin hatte, da es mir bestimmt verbieten würde. Und ich wollte mich nicht mit ihm streiten. Also ging ich insgeheim zu diesem Modeljob. Alles war in Ordnung. Anthony hat mich sofort auf sich fixiert. Er erklärte mir, was ich tun sollte. Er helf mir richtig zu posieren vor seiner Leinwand. Ich stand also eine Stunde lang. Das erinnerte mich an die Szene aus Titanic. Und ich fühlte mich, als wäre ich Kate Winslet gewesen. Was konnte schief gehen? Aber nach einer Stunde bot Anthony mir an, für einige Fotos zu posieren. Ich willigte bereitwillig ein, da ich dachte, dass ich ihm vertrauen konnte. Und als er das Ja hörte, zeigte er mir ein Hundehalsband. Anthony sagte, ich müsse auf allen Vieren stehen. Ich explodierte wie ein Vulkan. Für wen hält er mich? Aber er beruhigte mich und erklärte mir, dass er ein solches Foto brauche, um Hunde aus dem Römischen Reich zu malen. Das wäre eine Kunst. Es gäbe nichts, wofür ich mich schämen müsste. Und dann fügte er hinzu, dass er mir 5000 Dollar dafür bezahlen würde. Ich traute meinen Ohren nicht. Mit dieser Summe könnte ich einen Großteil der Behandlung meiner Mutter bezahlen. Und an diesem Punkt ging ich einen Pakt mit dem Teufel ein. Am nächsten Tag konnte ich meinen festen Freund nicht mehr in die Augen sehen. Aber ich war so glücklich, dass ich in der Lage war, alle notwendigen Medikamente für meine Mutter zu kaufen. Ich erzählte meinem Freund, dass ich das Geld verdient hatte, indem ich mich als griechische Göttin ausgab. Ich dachte, meine Scham sei vorbei und alles sei in Ordnung. Leider wusste ich nicht, dass das erst der Anfang war. Ziemlich bald brauchte ich wieder mehr Geld für die Therapie meiner Mutter. Also fragte ich Anthony selbst und bot ihm an, zu posieren. Er nahm das Angebot gerne an. Aber die Bilder wurden immer seltsamer und seltsamer. Er schlug vor, Ziegenhörner und einen Sattel aufzusetzen, Babykleidung anzuprobieren und einen Schnuller mitzunehmen. Ich war so schockiert über diese Kostüme. Es war so seltsam. Es war so demütigend. Aber ich brauchte das Geld. Ich wollte meine Mutter retten. Warum hat mir niemand gesagt, dass ich auch sehr bald Hilfe brauchen würde? Ich war emotional am Boden. Trotzdem habe ich es geschafft, meiner Mutter zu helfen, wieder gesund zu werden. Und es war ein unglaubliches Glück. Unser Leben war wieder in Ordnung. Meine Mutter hat das Krankenhaus verlassen. Ich begann an der Universität zu unterrichten. Und war dabei, meine Hochzeit mit Joseph zu arrangieren. Ich hatte diese schrecklichen Bilder mit den Hörnern und dem Schnuller hinter mir gelassen. Aber eines Tages liefen meine Mutter und ich die Straße entlang. Und sie fühlte sich schlecht. Sie wurde fast ohnmächtig. Ich wollte einen Krankenwagen rufen. Aber mein Handy war leer. Ich geriet in Panik. Ein paar Sekunden später traf mich ein weiterer Schlag. Ich bat einen Fremden, mit Hut und Brille den Notruf zu wählen. Die Hände zitterten. Ich nahm sein Telefon und war für eine Sekunde fassungslos. Ich sah mich auf dem Bildschirm schoner. Im Halsband. Ich hatte keine Zeit, Fragen zu stellen. Ich rief einen Krankenwagen. Die Ärzte waren schnell da und halfen Mama. Sie sagten, es ginge ihr gut. Es war nur eine Art Lethargie. Als ich mich beruhigt hatte, wollte ich wissen, woher der Fremde mein Bild hatte. Aber er war weg. Und was dann passierte, war wie aus einem Hollywood-Thriller. Ich hatte eine schlaflose Nacht. Ich fragte mich, woher er die Fotos bekommen haben könnte. Zuerst ging ich morgens zum Computer, um online danach zu suchen. Und dann fand ich sie auf einer sehr dubiosen Website. Die Fotos, die niemand sehen sollte, waren durchgesickert. Es war eine echte Schande. Ich fühlte mich, als wäre ich auf den Grund des Mariannengrabens gefallen. Meine Hochzeit mit Joseph fand in einem Monat statt. Wir hatten bereits Einladungen an alle unsere Verwandten und Freunde geschickt. Was würde geschehen, wenn Joseph auch meine Bilder mit den Hörnern und dem Sattel sehen würde? Meine Fantasie schuf schreckliche Bilder. Aber alles wurde noch schlimmer. Ich versuchte, Anthony im Netz zu finden. Es war ziemlich schwierig, denn ich kannte nur seinen Vornamen. Aber ich konnte ihn auf Instagram finden. Ich blätterte durch seine Timeline. Meine Fotos waren zu sehen. Das bedeutete, dass jeder Perverse sie herunterladen konnte. Ich konnte auf dem Handy von tausenden Leuten sein. Igitt! Es ist so ekelhaft zu wissen, dass jemand ein Bild gesehen hat und sich dabei sonst was Ekliges und Versautes gedacht hat. Ich kann gar nicht sagen, welche ekelhaften Szenen mit widerlichen Typen mir sofort durch den Kopf gingen. Diese Gedanken waren mir noch nie in den Kopf gekommen. Aber jetzt, nachdem ich mein Bild auf dem Handy eines Fremden gesehen hatte, war ich wie krank. Ich konnte nicht aufhören, daran zu denken. Es war der schlimmste Verrat meines Lebens, dachte ich damals zumindest. Doch wie sich herausstellte, wusste ich nicht viel. Aus Wut schrieb ich dem Bildhauer eine Nachricht, in der ich ihm die Schuld dafür gab. Ich bat ihn, alle Fotos zu löschen. Aber er sagte, er habe mich dafür bezahlt. Das wäre also fair. Ich drohte ihm, die Polizei zu verständigen und ihn zu verklagen. Dann schrieb Anthony, er hätte sich nicht mit diesem Joseph anlegen sollen und auf seinen Rat hören sollen. Was? Ich meine... Joseph enthüllte, dass er Anthony gebeten hatte, mich auf Instagram zu suchen und einige Aufnahmen zu machen. Mein Freund war sicher, dass ich zustimmen würde, da ich das Geld wirklich brauchte. Ich war schockiert. Wen würde ich heiraten? Ich schlug sofort auf meinen Verlobten mit Fragen ein. Er war verwirrt und sehr verärgert, dass alles herausgekommen war. Er sagte, er habe nur versucht, mir zu helfen. Einmal erfuhr er von seinem Bekannten, von einem Bildhauer, der ein Model für seine schmutzigen Fotos suchte und gutes Geld zahlte. Er dachte an mich. Joseph versuchte, Ausreden zu finden, um zu erklären, dass er nur wollte, dass ich meiner Mutter helfe. Er hätte es für mich getan. Gleichzeitig fühlte er sich schuldig, dass er nicht das Geld hatte, um mir zu helfen. Ich meine, anstatt Geld zu verdienen und es mir zu geben, hat er mich reingelegt. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so geweint habe. Diese Fotos könnten mein ganzes Leben in jeder Sekunde ruinieren. Ich bin Lehrer an einer guten Universität und wenn das alles herauskommt, wird es mir unglaublich peinlich sein. Das konnte ich Joseph nicht verzeihen. Ich habe ihn abserviert. Meine Mutter versteht immer noch nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe alle meine Social-Media-Accounts gelöscht. Ich lebe in einer endlosen Angst. Was ist, wenn irgendwo in der Nähe ein Fremder mit meinem Foto mit Hufen und Hörnern steht? Wie kann ich aufhören, Angst zu haben und mich von dieser Angst befreien? Ich weiß es nicht. Deshalb brauche ich deinen Rat. Bitte schreib ihn mir in die Kommentare unten. Vergiss nicht, auf den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank. Vielen Dank.